22 Und tschüss, ich hätte ein anderes Lerner an einer Stelle mehr Ne, besser Ditte als äh Da kann man keine Leben fahren Das stimmt doch nicht mit dem Leben Und besser das als Jitski Ich fahr gerne Motorrad Doch Wow, hat er ihn von der Straße getrunken Mieser Shit Achtung Boah Das ist richtig mies, die Polizisten Naja, Straße ist doch gut Hätten sie, sollten sie mal in echt auch machen Stadtblitzer Kannst durchfahren Die geben keine Produktion Naja, war doch beim ersten Mal Doch, aber nicht viel Achso, naja, ok Also kommt dann halt Jens drauf an Oh, Scheiße, da wollte ich eigentlich nicht rüber Wui Alter, du machst du doch jetzt beim ersten Mal, du Kaka Alter, rüber gescheit Alter, wüse Rüber gescheit Achso, wie du abbringst Oh Und runter Nee, Schasse Oh Oh Alter Zweiter Alter, da vorne ist der Erste Das machst du beim ersten Mal Oh 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 Wie Wie hat ganz souverän beim ersten Mal gegen Die Die Ah, geil Ganz easy Du hast doch zuhause geübt Nee, Mann Oh Oh Ich hab grad richtig Herzrasen hier Bam, Alter Fickt euch alle Ja Yes Fick die Henne, Alter First Try Bitches Tommi, du bist Scheiße Wenn Tommi mal so ein Jet-Ski-Level hat, dann hätte jeder von uns eins gehabt Nee, Warten will ich nicht Nee Tommi, wie das dein Nemesis Ah, ist die Scheiße im Dunkeln, wahr? Oh, nee Ich muss es nur schaffen, da hochzukommen Nee, diesmal hast du eine Knarre Kannst du ja abschießen, nicht wahr? Warte Friss Äpfel, lebe gesund Und er stirbt nicht mal Er soll ja auch leben Du hast ihn erst mal deinen Zaubern weggeschossen Ups Hahahaha Also ich hatte ein bisschen Anlauf vorhin nimmst Aber im Moment hat er das Leben gleich wieder rein geholt Kommi, wenn du übrigens jetzt Game Over gehst, dann haben wir ein Problem Ups Wieso? Wir haben nicht gespeitert Wir müssen alles nochmal machen Das heißt, wir müssen nochmal deinen krassen Muttern vorhin wiederholen Superding aber jetzt nicht Wass mal, warum killst du ihn nicht im Vorhinein? Ja, jetzt hab ich mich auch gerade gefragt Also, damit du jetzt noch drei Leben hast Na, notfalls bei einem Leben verlassen wir diese Ding einfach und speichern ab Hä? Dafür ist ja doch der Move zu stolz, um die Netz einfach rauszugeben haben Ja Da bin ich so frei und cheate einfach mal ein bisschen Die kannst du übrigens auch oben abschießen, wie am Fenster Ja 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 Du musst doch eh beide killen Ja, er ist tot Ne, wie sollst du den Headshot verpassen? Ja Die Perspektive geht ja nicht so Boah! Boah! Scheiße! Boah! 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 Ihr wart mal lieber. Das ist auch okay. Na, ich hab jetzt schon gedacht, dass er das jetzt stirbt. Schieß den ab. Wenn er so weit schießen kann. Ich kann so weit schießen. Am besten wäre es auch gewesen, wenn er nur schnell stecken will. Wenn er nur einen Schritt zurück ist, weil jetzt sehe ich dich gleich fallen. Nee, nicht mit mir. Jo. Hallo. Was soll ich mit ihm suchen? Wow. Alter. Alter, Tobi. Was denn? Tobi, der ist weg. Oh, der ist nicht geschont. Bitte. Ich wusste, dass du schlägst. Hups. Ey, guck mal, ich war kurz vorm Kristallwand. Oh. Ich hab das einfach durchleißen. Okay, jetzt. Ich war in der eigenen Perfektive mal echt zu stören. Ich versuch, die andere Oma hat auch welche von hier zu machen. Bevor du auf den Teppich hochstuckst. Ne. Da hab ich nur was aus Piepen warten. Und dann, wenn's rot ist, dann kannst du sie treffen. Oh. Und du hattest sie einmal kurz auf rot. Hast du mir zu? Ja. Ja, ja. Anstatt da einfach auf ein Stück Tee ran hieß oder so, ne? Ne, dann fahr ich doch wieder runter. Da hast du es jetzt. Mal einfach nur durchballern, okay? Und tschuuu. Okay. Du wirst es schon ein bisschen spannend machen, was? Häng dran. Der hängt dran. TNT-Kiste. Mach einmal doppelt. Alter, Tommi, bist du totes behindert, Mann? Alter. Also, dass du einfach einen doppelt rummachst. Nein. Alter Schwede. Hauptsache, mein Time das... Ne. Naja, von Time kann da keine Rede gewesen sein. Klar, hallo. Kann nicht. Hier geht's nur hoch und runter, also das kann nicht so schwer sein. Doch, für mich ist alles ein Problem. Vielleicht schafft der Tommi doch sein erstes Level alleine. Kann vielleicht sein, ja. Ach so. Am besten ist jetzt die Tine sich melden. Geh erst, hol dir es den Checkfall, bitte. Hol dir es den Checkfall, bevor du irgendwas machst. Ja, so ist gut. Wollten wir uns heute nicht treffen, ja. Wenn wir uns mal melden sollen. Ich hab nicht gemeldet. Naja. So ist es. Naja, so will ich gerade inzwischen. Kann sie nicht mehr echt. BAM! BAM ins Kopf. BAM ins Kopf. Ja, ins Kopf. Ich kann gut Deutsch. Im Gegensatz zu euch. Please. Boah! Alter, Feining. Da hat es eine Sekunde der Zeit. Ich stimmt gar nicht. Ich fand niemand, der erwartet zwei Sekunden stimmt. Gar nicht. Die Kisten nicht unten. Weil er den davon ließen rücken. Vielleicht die es von ihr umkann. Im Gegensatz zu dir. Der zweite geht. Au. Er schreckt sich genau wieder so schlimm, ey. Für Tommy ist der, glaube ich, schlimmer als Dead Space. Oder? Der hat halt aber jetzt schon dorthin zieht. In die Richtung. Weil jetzt muss der jetzt... Alter. ...pappnase, ey. Ich habe aber keine Pappnase. Tommy, drück bitte Start und geh aus mir länger raus. Ähm. Ja. Ach ne, das war Start. Warp. Naja, fast geschafft. Stimmt. Kann ich hier irgendwo runterfallen oder so? Aber gut, dass du reagiert hast, Armin. Ich hätte nicht mehr... Ich habe jetzt die Leben nicht im Blick gehabt. Abspeichern. Mal gucken, ob da stehen draufkommt. Was? Leute, gucken, ob du noch draufkommst. Ne. Möchten. 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 Warte, speichern, ja? Ne, ich frag lieber nach. Du kennst ja meinen... Skill. Du hast einen Finger. Und dann bin ich dazu. Möchten. Ähm. Damit hast du gerade raus. Ich bin ja gleich. Oh. Okay. Ich weiß, wenn ich mehr weiter spielen werde. Na, Projekt ist abgerockt. 23 war mal. Ja. Ja. Das hat so gut gestartet am Checkpoint. Aber ich glaub's nicht. Ne, so auch nicht. Du musst die Level immer von vorne starten. Glaub ich. Hast du geschafft haben. Eben. Und nochmal. Ah, Alter. Dark Souls. Demons Souls. Dark Souls 2 und Bloodborne. Mal hier. Jetzt weiß ich ja, was mich, äh, erwartet. Ups. Ich habe sogar wieder fast ein Leben. Ich bin schon wieder fast wie ein Pro. Oh. Bis jetzt hab ich wieder weggezogen. Ups. Ich hätte nur die Einsprung gemacht. Aber der war echt schön knapp. Aber lieber. Wie ein Pro. Du willst jetzt während der Fahrt killen? Hahahaha. Kann sich auch abschießen. Ja, müsste gehen. Ne, geht nicht. Ich muss ihn schlagen. Balleau. Nichts. Ja. Nur noch keine Wecke oben auf. Kannst du auch schmeißen die Romulitov-Kaktier jetzt raus? Ja, aber gut. Jawohl. Ne, da geht es mit. Dann mach ich ja nicht so oft rein ab in der Artur, dass sie wieder ein Leben. also die jura fein ich bin jetzt vorsichtig wir sind auch gut ich bin jetzt schon irgendwie besser als die ersten 15 mal jetzt hast du es gehabt Tobi wird mutig jetzt macht er gleich einen drachialen Fehler Wirbelattacke naja, damit habe ich jetzt gerechnet Sieht gut, dass die hier von ihrem Plattform nicht runterkommen können da schmeckt jemand Alles geplant Aber dass du dich da auch schon nicht mehr daran erinnerst Nein, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern Das ist wieder Nichts gibt das zu Zugeben habe ich ja noch nie gehört Ich habe es glaube ich ganz rechts Ja, da 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 Weg mit dem Ja, das hast du sehr gut gemacht Ja, hier kann ich wieder einen Versuch auflaufen Oh nein Oh nein Du kannst aber über das also du kannst über das Feuchtbargebot kommen auf die anderen Plattformen schon Ups Ja, solange du das Leben nicht wegkickst Und ruch da Nein, nein Nein Da nicht Wieso jetzt Habst du Schmied gesehen? Wieso? Hier ist ein Bonus-Level Machst du schon Du fühlst mich an, du kleinerer Schieß Einfach irgendwo ins Blaue Ach, Alter Da war super weh Schieß von hier Ja, sehen wir auf Ich bin schon gerade ein bisschen angespannt Tja, vor allem jetzt kommt es auch wieder nicht mehr weg Er muss das jetzt machen Herzig Herzig Ich bin gerade enorm erschwert Ah, es geht an nichts über was schweres Den kriegst du aus der Perspektive nicht mehr lieber Das weiß ich sogar noch Was denn das? Guck mal, ich krieg den jetzt so aus dem Ding Wow, die habe ich gar nicht gesehen Ist das eine Bonus-Level? Wolltest du mich verarschen? Der hat die ganze Zeit schwer da geworfen Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen, dass er es gerade geworfen hat Weil das unter den Oh, du kriegst auch nur drei Äpfel Die Wahrscheinlichkeit ist das Punkt Der Obergeist ist jetzt gerade sehr hoch Boah, kann ich nur mit einem Schluck Oder wo? Souverän, Alter Jaaa Sorry! Neee! Ich war halt da Wir haben ihn gelobt schon mal So, yeah! Ich bin jetzt gewinnt Weißer Mich nicht loben Hat funktioniert So, da kann man nicht rüber springen? Nein Achso Okay, ist eh vorbei Neee! Yes! Dann ist halt Armin drin Nee, musst du halt machen Sehr gut Aber es war trotzdem viel viel besser als gedacht Ja Ja Du war... Du warst da echt einige Das mit dem Messer Das hat sich gerade echt hart bescheuert Ich habe eigentlich gar keinen Bock Was ist denn das? Ach! Daran kann ich mich erinnern Das ist ja nicht gut Fliegen mach ich Ich will Tommy sein Der will irgendwie nicht weggehen Pfff Ey, der ist ja jetzt gerade so gut dran gewesen Wer hätte ich aufs Fett gegangen, hätte es wahrscheinlich geschafft Ja, das stimmt Du musst sie wieder abknallen, so wie ich das eh immer da Mhm Du hast aber mit Pupu gespielt Was musst du denn überhaupt abschießen? Alles Die großen Flugzeuge da Ja, das stimmt Hier musst du die Dinger kaputt machen Das war richtig ätzend Jetzt kommen hier deine Battlefront 2 Skills Ja, und hier Aus dem Spiel habe ich mir hergeleitet Dreh'n, dreh'n, dreh'n Dreh'n Nicht rein fliegen Nicht rein fliegen Okay Oje, oje Da sind ja noch die ganzen Lebensballons Aber die anderen feindlichen Flieger kommen immer wieder, wa? Ja Außer die großen Kleen kommen immer wieder Ah, wieviel Leben man auch verliert, alter Ja, man hat ja genug von den Kisten, wa? Ja, das ist nicht alles jedes Kisten Es sind drei jetzt, oder? Okay Okay Er hat noch Drei große Ne, zwei Zwei Ja Zwei 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 Um die Das ist nicht Zwei Die Mad Aber kann sein, dass die Feindlichen Flieger immer nur von vor unseen beschädigt ja deswegen für mich logisch zu bedienen und jetzt wüsste es aber haben wir ja ein fahrfeuerin geflogen der erste weltkrieg sehr schön gefickt hatte spiel ja was ist das soll ich das level lassen naja nee sag mal weil ich jetzt da schon ein bisschen eingespielt dass ich da ein bisschen ja dann lass mir das erst mal so ein bisschen das weiß ja ja jetzt wird super vorsichtig geworden gerade zum ende ja dann bin ich auch noch ein schönes ja ich erinnere mich da aber nicht an bebebebe riecht zum abspacken die musik wir müssen mal so ein Club Remix sehen